Ja, guten Morgen, willkommen zu den zweiten Morning News aus Düsseldorf, meine Güte, als Kölner, was tue ich mir da an? Aber immerhin sensationelle Aussicht, ich habe keine Ahnung, ob ihr das hier alles sehen könnt, also die ist wirklich sensationell. Heute geht es dann endlich wieder zurück und heute wird es ein verdammt, verdammt, verdammt langer Tag. Ja, aber das gleich. Erst einmal, die Morning News werden ermöglicht durch Texto Europa, smartesten Text-Compliance-Dienstleister und Finance-OS-Anbieter demnächst. Ja, der FG, die sieht zu, ein Düsseldorfer auch hier aus der Stadt kommt. Ja, zu den Texto-Facts fällt mir heute eigentlich gar nicht mal so unbedingt Kluges ein, aber ich war gestern Abend noch essen und habe mir doch so das ein oder andere angehört. Es ging um einen Software-Dienstleister, der einen Investor drin hatte und jetzt nochmal verkauft worden ist, der unter dem Investor sehr, sehr gelitten hat und der das gesamte Unternehmen wirklich lahmgelegt hat. Das ist, ja, muss ich sagen, schon ein Drama. Ja, ich schaue immer etwas kritisch auf die Dinge. Man muss nicht alles glauben, aber in diesem Falle glaube ich es ganz einfach. Da muss man wirklich auch sich überlegen, ja, mit welchen Partnern arbeitet man zusammen, wie bindet man sich, wie lange bindet man sich und wie haben sich auch die Partner, an die man verkauft oder mit denen man zusammenarbeiten möchte, in der Vergangenheit gezeigt. Also wie ist hier die Reputation? Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man sich echt stellen muss. Da ist dann mitunter der vermeintlich besser zahlende langfristig der teurere, mit dem man halt vielleicht nicht zusammenarbeiten sollte. Also, wenn ihr euch einen Partner aussucht, mit dem ihr zusammenarbeiten wollt, oder aber wenn ihr euer Unternehmen verkauft, dann achtet bitte darauf, dass ihr weise in der Partnerauswahl seid. Dann hatte ich gestern den ganzen Tag rund, ich glaube, 13 oder 24 Ebay SEO-Videos abgedreht. Großartig. Mit dem Benedikt Klug, den kennt ihr ja schon, dass Klut, den kennt ihr ja schon, dass ein oder andere mal von meinen Videos, wenn ihr auf YouTube schaut. Dort hilft er mir ein bisschen. Und er hat halt die ganzen Videos gesprochen. Ich habe hinten dran die Themen festgelegt. Das, was ich extremst toll fand und was mir Spaß gemacht hat, ist, ich bin eher so eine Labbertasche. Also sprich, bei mir dauern die Videos dann etwas länger. Aber er hat das, alle Videos sind so im Bereich von ein bis zwei Minuten. Es sind so im Grunde genommen die ganzen Ebay SEO Basics plus drei, vier Deep Dives. Fand ich unfassbar großartig, wie komprimiert und auch ja prägnant er sie rübergebracht hat. Ich freue mich darauf, wenn die Videos jetzt fertig geschnitten sind. Sie werden veröffentlicht, natürlich auch in sozialen Medien, bei mir in der Facebook-Gruppe, auf dem Blog. Allerdings unter dem Brand Baygraph, dem Ebay SEO-Tool. Ja, da freut es mich auch wieder, das ein oder andere Mal für Baygraph wieder unterwegs zu sein. Da wird sich in Zukunft wahrscheinlich auch das ein oder andere tun. So, dass ihr mich im Belgraff-Kontext wieder ein bisschen häufiger sehen werdet. Und insbesondere freue ich mich auch darüber, mich wieder ein bisschen so mit Ebay SEO beschäftigen zu dürfen. Das ist immer noch so ein Anliegen. Ich brenne dafür. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite fand ich es halt insgesamt, über meine Workshops hinweg so enttäuschend, wie viel denn dann tatsächlich am Ende des Tages nachhaltig im SEO-Bereich dann für den Händlern noch umgesetzt worden ist. Ich glaube tatsächlich, dass da viel mehr Potenzial ist. Und ich glaube tatsächlich, dass Ebay bei vielen Händlern mittlerweile ein Abverkaufskanal ist, den sie völlig falsch einschätzen. Ich mir dann so die ein oder anderen Kommentare durchlese, durchlese, die sagen, ja nein, Ebay funktioniert gar nicht. Ebay ist tot. Es ist Unfug. Ich meine, ihr müsst euch einmal Gedanken machen, was macht ihr im Verhältnis zum Wettbewerb? Und wenn der Wettbewerb verkauft, dann ist Ebay nicht tot. Punkt. Und wir werden heute Abend die Zahlen von Q2 von Ebay erfahren. Die werden erschreckend sein, die werden nicht gut sein. Aber sie werden noch deutlich in einem anderen Universum spielen, als Zahlen, die in Otto und Kaufland etc. uns vorliegt. Das heißt, wenn ich mir dann so die ein oder anderen Kommentare anhöre, wir verkaufen bei Otto viel besser als bei Ebay, dann denke ich mir, boah scheiße, was hat denn für einen Online-Händler? Dass ihr den Ebay-Marktplatz nicht in den Griff kriegt. Ihr müsstet nahezu das Doppelte auf Ebay verkaufen als auf Otto. Fast das Dreifache auf Ebay im Verhältnis zu Kaufland. Ihr müsst euch um den Marktplatz kümmern. Ihr müsst euch um den Abverkaufskanal kümmern. Und es ist nicht so, wie ihr das glaubt zu verstehen, einmal gemacht und los geht's. Eine Optimierung eines SEO-Maßnahmen ist egal, wo ihr sie macht, im Shop. Auf Ebay, auf Amazon, das ist ein permanentes Unterfangen. Wenn ihr es, und das ist bei den meisten leider so, wenn ihr das halt mit, beziehungsweise wenn ihr das ohne Tool-Unterstützung macht, ist das irgendwie wie ein Stochern im Nebel. Ihr macht irgendwas, aber habt überhaupt keine Ahnung, ob das jetzt kausal zu anderen Entwicklungen ist. Ihr arbeitet thesenbasiert, aber findet überhaupt gar keine Sicherheit. Ihr könnt nichts messen und das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Und ja, es ist leider so. Ebay ist nicht einfach und Ebay ist komplizierter als so ein Amazon-Marktplatz. Ist wie es ist. Da werden Skills von euch abgefordert, die ihr in der Form nur bei Ebay braucht. Jedes Shop-System liefert euch für die Product-Detail-Page, also für die Artikel-Detail-Seite ein Template. Und in der Regel auch ein gut strukturiertes, ein halbwegs gut strukturiertes Template. Bei Ebay habt ihr erstmal nichts. So, und dann habt ihr hunderte Scharlatane unterwegs, die euch irgendwelche super fancy Ebay-Templates verkaufen wollen, die das Geld nicht wert sind, was ihr da erhaltet. Das ist erschreckend, das ist erschreckend. Und ganz ehrlich, wenn ich mir so die ein oder anderen, übrigens sind in meinen Augen tatsächlich Scharlatane. Wir können ein bisschen HTML programmieren, das war's. Ziehen euch richtig Geld aus der Tasche, entweder über Lizenzen oder halt über richtig Geld. Hier der Florian Resch von, der hat ja auch mal so eine komische Ebay-Agentur gehabt oder hat sie vielleicht auch noch, der Verkauf da für 300-400 Euro ein Template. Das ist eine Halsabschneiderei. Das ist, ganz ehrlich, naja gut, fehlen mir, ich will ihn jetzt nicht zu sehr, ne? Aber ganz im Ernst, so einen Scheiß braucht ihr nicht. Zumal ganz ehrlich, die Deppen, die euch den Scheiß da zurecht programmieren mögen, vielleicht ein bisschen programmieren können, aber die haben so viel Ahnung von Verkaufsförderung, Verkaufspsychologie, wie das Schwein vom Fahrrad fahren. Ganz ehrlich, die verkaufen euch einen Scheiß, der schädlich ist. Schädlich ist euer Ebay-Geschäft. Und ganz ehrlich sagen, finde ich dramatisch. Finde ich wirklich dramatisch, was ich da für einen Driss sehe. Bei Belgraff haben wir tatsächlich einen kostenlosen Template-Generator. Ihr braucht kein Abo abzuschließen, nichts. Ihr könnt diesen Template-Generator nutzen. Und einen Template-Generator findet ihr, ich glaube, von Afterbuy, von Wortfilter und von Belgraff das Logo drin. Ja, meine Güte, ich finde es cool, wenn ihr das drin lasst. So rein egotechnisch, macht das raus, auch fein. Also wir heben hier keine Lizenzen oder keine Lizenzansprüche drauf oder keine Umgebungansprüche, dann schmeißt du es halt einfach raus. Das ist völlig fein. Das Template ist einfach, es ist clean und es ist fokussiert auf das Produkt. Und das ist ganz genau der wichtige Punkt. Wenn ich mir dann überlege, dass andere Templates noch anfangen mit Cross-Selling, mit anderen Angeboten, mit Einblenden des eigenen Ebay-Shops, denke ich mir auch, Leute, was geht bei euch im Kopf schief? Ihr seid froh, dass der Kunde jetzt auf eurem Produkt ist. Also nur noch einen Klick weg vom Sofortkauf. Und ihr gebt euch so unfassbar viel Mühe, dem Kunden zu sagen, oh fuck, geh jetzt erstmal woanders hin. Und guck dich einfach mal erstmal woanders um. Nein. Auf das Produkt. Er soll das Produkt sehen. Er soll nur eine einzige Handlung noch vollziehen. Nur eine einzige. Sofortkauf-Button drücken. Nicht mehr, nicht weniger. That's it. Und auf diese Fokussierung kommt es an und auf nichts anderes. Und nahezu alle Templates, die ihr seht, lenken den Verbraucher davon ab. Es ist im Übrigen auch ein Irrsinn zu denken, dass man jetzt unbedingt im Template die eigene CI des Shops abbilden muss. What the fuck? Schaut es doch mal bitte sehr aus Verbraucher-Augen. Und hört nicht auf diese Deppen-Template-Verkäufer. Ganz ehrlich, ich glaube, ich muss mir echt nochmal die Mühe machen und dann nochmal einen Artikel drüber schreiben und wirklich mal aus Verkaufs-Psychologischen Gesichtspunkt mit Hilfe eines Verkaufs-Psychologen die einfach mal zerreißen, was die für eine Scheiße euch anbieten. Ich finde es ja schädlich. Das ist das Schlimme. Das ist mir ja kacke geil, wenn es wenigstens geile Templates wären, die euch helfen und die auch fordern, eure Produkte zu verkaufen. Wäre das cool. Tun sie aber leider nicht. Sie schaden euch eher, nichts zu verkaufen. Und das ist halt eben not nice. Nee, das stimmt nicht. Du kannst dich ganz normal anmelden. Du musst nichts abschließen. Du musst kein Abo abschließen. Du brauchst halt nur einen ganz normalen Account anmelden und dann kannst du das Ding kostenlos nutzen. Das ist völlig fein. Sollte das nicht so sein, das sollte ich jetzt wirklich Quatsch erzählen. Ich prüfe es gleich. Dann kann ich dir das versprechen, dass es am Freitag umgestellt ist. Weil mein Gehirnschmalz steckt mit in diesem Template-Generator. Und das nur aus einem Versprechen heraus, dass das Ding Lifetime kostenlos ist. Das ist mir ein persönliches Anliegen. Das ist ein ganz persönliches Anliegen, dass ich das Ding euch zur Verfügung stelle und kostenlos. Dafür kann da unten Werbung eingeblendet sein. Fein. Die Werbung muss aber auch von euch entfernt werden dürfen. Das ist mir wichtig. Glaubt es mir. Also sollte da irgendwo eine Bezahlschranke hinter sein, und das habe ich gleich geprüft. Ich bin gleich bei E-Commerce, bei E-Commerce One. Und der Michael Groß, Sebastian hat der Urlaub, der Co-Geschäftsführer, der deutsche Urlauber, der Michael Groß ist für mich erreichbar. Und glaubt es mir, das werde ich jetzt gleich nach den Mornings kontrollieren. Das Ding bleibt kostenlos, versprochen. Worauf kommt es an? Nur auf die Fokussierung aufs Produkt. Und eben, wenn ihr mit komischen Templates arbeitet, dann vollzieht ihr aus Nutzersicht einen Bruch. Schaut euch doch einfach mal die gesamte Produktdetailseite an. Die ist ja im Wesentlichen bestimmt durch Ebay. Und ihr selber bestimmt nur einen kleinen Teil. Was ist also eure Aufgabe aus Nutzersicht, also aus Verbrauchersicht? Was findet der Verbraucher cool? Cool findet er, wenn er jetzt etwas flüssig durchlesen kann, was ihn zum Produkt, zu den Produktinformationen, zu den Produktzusatzinformationen führt. Alles andere, was ihn davon wegleitet, was ihn defokussiert, findet er per se nicht nice, nicht gut, nicht schön. Das irritiert ihn. Nicht unbedingt bewusst. Aber genau das ist der Punkt, den auch ihr verstehen müsst. Wir reden hier immer von einer unbewussten Kaufentscheidung, die wir treffen. Es ist Unfug zu glauben, dass wir rational uns für ein Produkt entscheiden. Wir verarbeiten, wenn wir ein Angebot sehen, oder bis wir auf dem Weg zur Produktdetailseite sind, verarbeiten wir eine Menge an Informationen, die uns schon massivst beeinflussen. Deshalb solltet ihr auch unbedingt mit den Bildern anfangen, über den Titel, über die Artikelmerkmale, dann auf der Produktdetailseite hier quasi einen Funnel, einen Trichter aufbauen, den Kunden klar dazu führt, klar dazu lenkt, den Kaufvorgang mit euch abzuschließen. Und das ist im Wesentlichen halt positive Dinge zu verstärken, also Vertrauen zu geben, den Kunden in Sicherheit zu bringen und ihm Ängste zu nehmen. Da muss ich cool fühlen. Der muss völlig fein mit eurem Produkt sein. Der muss sagen, hey geil. Und wenn ihr noch dazu kriegt, dass ihr sagt, boah, ich brauche das unbedingt, dann seid ihr wirklich die Könige des Sales. Und alles andere, was ihr macht, was ihr drumherum baut, das muss genau den Kunden, das muss euch unterstützen, das muss diesen Wunsch unterstützen. Das ist die Aufgabe. Das finde ich auch wesentlich schwieriger und das finde ich halt auch herausfordernder, weil das bei Ebay am Ende des Tages eine Sache ist, die ihr selber in der Hand habt und die ihr so unfassbar weit gestalten könnt, wie euch das ein Amazon oder auch ein Otto, selbst der eigene Onlineshop. In der Form, ja gut, der eigene Onlineshop kann es euch erlauben, aber ihr nutzt da halt auch Templates oder Vorlagen, die schon eher professioneller gebaut worden sind. Das ist ein Unterschied, ob ich ein Shop-System hochziehe oder ob ich ein Ebay-Template baue. Die Damen und Herren, die mit den Ebay-Templates Geschäfte machen, sage ich euch ganz ehrlich, das sind eh Lebensverlierer. Wer damit sein Geld verdienen muss, bei dem stimmt irgendwas nicht. Der hat kein seriöses Unternehmen aufgebaut. Und der hat so viel Ahnung vom E-Commerce, wie es schwein vom Fahrradfahren nämlich nichts. Und der kann, wie schon gesagt, ein bisschen programmieren, macht das irgendwie ein bisschen fancy hin und her. Aber am Ende des Tages macht er das eher so aus einer fancy Idee. Ich hatte mit einigen ja schon mal gesprochen, von diesen Template-Erstellern, die mir dann erzählen, Ja, die Händler wollen das so. Ja, Dries euch ein, was ihr wollt, juckt mich persönlich nicht. Ich mache das, was ich für richtig, für euch und für den Verbraucher, für richtig halte. Und wenn ich das nicht euch übermittelt bekomme und wenn ich das auch nicht an euch transportiert bekomme, klar, bin ich doof. Dann bräuchte ich einen Fehler. Aber ich würde mich deshalb nicht verbiegen und euch irgendeinen Scheiß andrehen, den ihr wollt, der aber nicht gut für euch ist. Auf die Idee komme ich nicht. Aber okay, ich glaube, ich habe jetzt heute gesagt, dass ich diese Template-Erbieter scheiße finde. Was die euch eigentlich nur irritieren. Die News sind jetzt vorbei. Viel mehr habe ich nicht. Ich habe es nicht geschafft, heute mal zu lesen, was passiert. Ich weiß nur, heute Abend kommen die eBay-Zahlen und glaubt mir, die werden scheiße sein. Die werden echt, echt erschreckend sein. Das tut mir auch so unfassbar leid. Das tut mir so leid. Seit Jahren erleben wir, ach, ich hätte schon fast das Wort Niedergang in den Mund genommen. Ich will eBay nicht abschreiben. Aus vielen Gründen nicht. eBay ist ein großartiger Verkaufskanal. Über eBay werden Milliarden an Umsätzen, an Händler-Umsätzen getätigt. Warum eBay es immer noch nicht so richtig hingekriegt hat, mal richtig durchzustarten, ich weiß es nicht. Wir müssen schauen. Ich bin gespannt, wie die Zahlen sind. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie ein Flitzelwurm. Egal. Also, habt heute einen absolut fantastischen Tag. Habt Reibach bis zum Abwinken und ich freue mich auf morgen. Bis dann. Tschüss.